Der Prolog von Urit vom 16. Oktober Gedenken Der heilige Märtyrer Longinus Der göttliche Matthäus, der Evangelist berichtete, eilte das Leiden des Herrn Jesus Christos beschrieb. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkte und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, Wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Matthäus 27, Vers 54 Dieser Zenturion, Hundertschaftsführer, war der gesegnete Longinus, der mit zwei anderen seiner Soldaten zum Glauben an Christos, den Sohn Gottes, kam. Longinus war der Hauptmann der Soldaten, die bei der Kreuzigung des Herrn auf Golgotha anwesend waren. Und er war auch der Befehlshaber der Wache, die das Grab bewachte. Als die hebräischen Ältesten von der Auferstehung Christi erfuhren, bestrafen sie die Soldaten, um die falsche Nachricht zu verbreiten, dass Christus nicht auferstanden sei, sondern dass seine Jünger sein Leib gestohlen hätten. Die Hebräer versuchten auch Longinus zu bestechen, doch er lehnte dies ab. Dann nahmen die Hebräer zu ihrer üblichen Strategie Zuflucht und entschieden, Longinus zu töten. Als Longinus davon erfuhr, nahm er seinen Soldatengürtel ab, wurde mit seinen beiden Kameraden von einem Apostel getauft, verließ heimlich Jerusalem und ging mit seinen Kameraden nach Kappadokien. Dort widmete er sich Fasten und Gebet und bekehrte als lebendiger Zeuge der Auferstehung Christi durch sein Zeugnis viele Heiden zum wahren Glauben. Danach zog er sich in ein Dorf auf den Besitz seines Vaters zurück. Doch sogar dort ließ ihn die Bosheit der Hebräer nicht in Frieden. Aufgrund der Verleumdungen der Hebräer schickte Pilate Soldaten, um Longinus zu enthaupten. Der heilige Longinus sah im Geist die Ankunft seiner Henker voraus und ging hinaus, um ihnen zu begegnen. Er führte sie in sein Haus, ohne ihnen zu sagen, wer sei. Er bewürdete die Soldaten gastlich und bald legten sie sich schlafen. Doch der heilige Longinus stand auf, um zu beten, und er betete die ganze Nacht hindurch. Er bereitete sich auf den Tod vor. Am Morgen rief er seine zwei Soldaten zu sich, kleidete sich in weiße Grablinnen und wies die anderen Mitglieder seines Hauswesens an, ihn auf einen bestimmten kleinen Hügel zu begraben. Dann ging er zu den Soldaten und sagte ihnen, er sei Longinus, den sie suchten. Die Soldaten waren erschrocken und beschämt und sie konnten sich nicht einmal mehr vorstellen, Longinus zu enthaupten. Doch er bestand darauf, sie sollten den Befehl ihres Vorgesetzten ausführen. So wurden Longinus und seine beiden Kameraden behauptet. Die Soldaten brachten Longinus' Kopf zu Pilatus und dieser begab ihnen den Hebräern. Sie warfen ihn auf einen Abfallhaufen außerhalb der Stadt. Der heilige Longin, der Arbeitsliebende Longin war ein Mönch des Kiewer Höhenklosters im 14. Jahrhundert. Er war der Viertender des Klosters und hatte ein solch reines und von Gnade erfülltes Herz, dass er immer die Gedanken derer kannte, die das Kloster betraten und es verließen. Die wundertätigen Reliquien des Longin ruhen in der Höhle des heiligen Theodosi. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Longinus Der heilige Longinus stand unter dem Kreuz, als Christus am Kreuz seinen letzten Atemzug nahm. Longinus sah den Zorn des milden Himmels, erlebte, wie die Erde erbebte, und die helle Sonne ihre Strahlen verlor und die ganze Welt in Finsternis hüllte. Die Gräber vieler öffneten sich und viele der Toten erschienen lebendig. Der tapfere Longinus wurde von Furcht erfüllt und rief mit treumütigen Seufzen aus. Dieser Mann war Gottes Sohn. Sündige Menschen haben den Unschuldigen gekreuzigt. Zwei andere Soldaten neben ihm wiederholten die Worte ihres Hauptmanns. Longinus war ein Zeuge der Auferstehung und er konnte auch seine Erniedrigung bezeugen. Als Augenzeuge, als wahrer Zeuge wollte Longinus die Wahrheit nicht verbergen, sondern verkündete sie überall, wohin er ging, und verherrlichte den auferstandenen Gott Christus. Bis zu seinem Tod blieb er Christi Soldat und für Christus gab Longinus sein Haupt. Betrachtung Das erste Erscheinen des heiligen Märtyrers Longinus Lange Zeit war seit dem Märtyrer-Tod des heiligen Longinus vergangen, als eine Witwe in Kapadokien erblindete. Die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun. Plötzlich kam ihr der Gedanke, nach Jerusalem zu gehen und die heiligen Städten zu verehren, in der Hoffnung, dort Hilfe zu finden. Sie hatte nur einen Sohn, einen Knaben, der ihr als Führer diente. Kaum waren sie in Jerusalem angekommen, wurde der Knabe krank und starb. Der Kummer der blinden Mutter war ohne Maß. Zuerst hatte sie ihre Augen verloren, dann noch ihren einzigen Sohn, dessen Augen sie bis zu diesem Augenblick geleitet hatten. In ihrem Schmerz und Kummer erschien der heilige Longinus und tröstete sie mit dem Versprechen, dass sie sowohl ihre Sehkraft wiedererhalten, als auch ihren Sohn in der himmlischen Herrlichkeit erblicken werde. Longinus berichtete ihr alles über sich und sagte ihr dann, sie möge zur Abfallhalde außerhalb der Stadtmauer gehen, dann würde sie sehen, was als nächstes geschehe. Die Frau erhob sich und tastete sich ihren Weg aus der Stadt heraus, dann bat sie jemanden, sie zum größten Abfallhaufen zu bringen und dort zu lassen. Als sie zum Abfallhaufen geführt worden war, beugte sie sich zu Boden und begann mit ihren Händen zu graben. Sie besaß starken Glauben daran, das zu finden, wonach zu suchen ihr der Heilige aufgetragen hatte. Als sie so grub, stießen ihre Finger an den Kopf des heiligen Märtyrers und in diesem Augenblick wurden ihre Augen geöffnet. Sie sah den Schädel eines Mannes unter ihren Händen. Erfüllt von großer Freude dankte sie Gott, nahm den Kopf des heiligen Longinus mit, wusch ihn, beräucherte ihn und bewahrte ihn zu Hause als das kostbarste Gut in der ganzen Welt auf. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über den Bekennermut, des heiligen Stephanus, des Erzdiakons, Apostelgeschichte 7. Wie der heilige Stephanus die Wunder und Gnaden der Weise Gottes gegenüber den Hebräern im Verlauf der Jahrhunderte aufzählt. Wie er die Auflehnung gegen Gott und die Untat der hebräischen Ältesten anklagt. Wie er sie Verräter nennt, schuldig am Blut Christi. Homilie über die Höhen und Tiefen Gottes Deine Gerechtigkeit ist wie die Gottesberge. Deine Urteile sind ein Abgrund, gar tief. Psalm 35, Vers 7 Die Berge der Gerechtigkeit Gottes schneiden durch alle Entfernungen von Raum und Zeit. Sie heben sich von der Erde zum Himmel und aus den Wolken der Zeit erheben sie sich in die Klarheit der Ewigkeit. Sind nicht die Heiligen die Träger der Gerechtigkeit Gottes? Seht, wie sie Zeit und Raum durchschneiden. Geboren in der Zeit sind sie jetzt in der Freude der Ewigkeit. In der Ewigkeit lebend kommen sie nun hinunter zu uns in die Zeit und helfen uns, wie starke Brüder ihren schwächeren Brüdern helfen. Sie leben auf Erden an bestimmten Orten und nun verherrlicht sie das ganze Weltall. Auf allen fünf Kontinenten der Welt sind Kirchen errichtet worden zu Ehren der Apostel, der Märtyrer und andere gerechter Diener Gottes. Von dieser Art sind die Berge der Gerechtigkeit Gottes. Man kann sie nicht begrenzen man kann sie nicht einschließen oder sie mit irgendeinem Maß dieser Welt messen. Welche Berge könnten an den Bergen Gottes gemessen werden? Welche Menschen könnten an den Menschen Gottes gemessen werden? Welche Ehre könnte mit der Ehre derer verglichen werden, die Gott verherrlicht? Und meine Brüder, lasst uns jubeln über Gottes Gerechtigkeit und uns freuen über die hohen Berge dieser Gerechtigkeit. Deine Urteile sind dein Abgrund gar tief. Das heißt, die Urteile deiner Forsyung sind so unerforschlich wie ein tiefer Abgrund. Du setztest Hiob auf einen Misthaufen, um ihn zu verherrlichen. Du erhobest Saul zur Königswürde, um ihn dann in den Untergang zu stürzen. Du hast Erbarmen mit dem Sünder und gibst ihm Reichtum und Gesundheit, auf das er bereue. Du züchtigst den Gerechten, auf das sie sein Glaube und seine Hoffnung festigen. Deine heilige Kirche ist der größte Berg deiner Gerechtigkeit, der höchste der vielen Berge. Deine heilige Kirche, O Herr, erforscht deine Urteile und deine Wege und ihre Weisheit ist groß und süß wie Honigwaben voller Honig. O Herr, vertreibe die Wolken des Bösen von unseren Herzen, damit wir deine Urteile erkennen und deine Pfade sehen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.